so krieg ich den und an hits soll das mal an der schild bocken der 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 den tendenten sich in dein gesicht sich in dein gesicht ich kriege ich so lokal problem eine fahrzeit noch dabei der waschen hinter mir der tüte er hat mich doch nicht mal getroffen was soll der scheiß dass er mich auch da in diesem ding reingezwängt hat und mitgekommen ist das war schon mies ziemlich immer so groß mit solltet er voll werden so wieder welche herstellen ist der arsch jetzt das ist ja was hier drüben ist weg 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 tröste ich nicht ich glaube nicht dass hier der da das portal ist ja ich hoffe es mal nicht ich war er sollte treffen sollte treffen sollte treffen sollte treffen tot ist ich liebe diese waffe die macht krassen schaden gegen euch du triffst mich nicht das ist bestimmt nur ein müll nachher drinnen keine kiste unter dem da ist aber die kiste muss das portal das kann doch nicht wahr sein schoppen grüne fragmente wie geht es doch rüber geht es gibt zwei portale gab es sogar drei anscheinend naja weil die zeit noch dass die dahin gehen na wo sinds da ist ein bisschen licht hier rein in die bude muss grad bei mir auf den lecker gucken da ist keine tür ne da muss doch irgendwie sinds öffentlich weit da unten da habe ich letztes mal auch das eine portal gefunden habe äh bei unserer hauptinsel es sind so minending hier ist ein schicktes minending runter dann fährst du da runter und dann ist das portal da aber hier anscheinend wollen sie uns mal nicht einfach machen dass wir die dinger finden ach geh weg fettzeug ich hab jetzt grad keine zeit für dich ist da oben eins da oben ist eins oder können wir gucken frage ich mich gerade ob das das wirklich ist da sind sogar zwei und ich habe für beide alle steine das ist ganz gut ich habe einmal die und die schädelte scheusalz bin ich natürlich mit aber hier na freunde die machen gar nicht so viel schade ich doch die machen jetzt einfach ein bisschen mehr krassen schade aber irgendwie wollten die nicht dankeschön da haben wir das portal und haben wir das noch so ein kleines etwas gebilde ok dann gehen wir jetzt erstmal das das ist mir wichtiger gucken wo wir da hinkommen eben des übergangs oder dann gehen wir jetzt andere bosse vielleicht kriegen wir den ja sogar hin den ersten boss fight da sind oh das ist eine schöne welt bessige viecher aber eine schöne welt da sind neue monster dahinten das ist ein steinhaufen ich will jetzt gerade auch nicht zu nah hingehen was ist das da vorne was ist das da vorne das da dachte ich mir cool immer was du denn alter ist da irgendwie krassen schaden drauf deine freiste kannst du ja sonst wo hinstecken Jetzt droppen wir aber nicht nur so ein Haufen Müll hier. Man muss dann abbauen. Kohle, Steinblock, gelbes Fragment. Hier gibt es auf jeden Fall wieder Holzkohle. Slimes, Blobs, ETC und eine kleine Festung. Da gehen wir mal schnell hin. Geh weg, du kleine Seemade. Jetzt frag ich mich, wie frag ich mich. Donnerklopsch, Donnerklopsch, Donnerklopsch. Fallener Junker. Also der kann jetzt schon zierkassigen. Tschüss. Oh, klassische Gartenbank. Kristallblock. Klassische Gartenbank. Server. Da ist noch ein riesen fetter See. Da ist auf jeden Fall eine Anbaufläche. Aber es gibt gar keine Häuser, wo Leute drin sind. Kann das sein? Aber das Ding ist riesengroß. Gut. Aber ich habe das gelbe Portal ja gesehen. Ich will da hin. Vielleicht könnte das auch eine Heimat sein für uns. So dieses Burgmäßige. Aber ich weiß es noch nicht. Ich brauche eher so eine flache Ebene, wo ich schön was bauen kann. Oder wir machen mir eine flache Ebene. Aber es kann halt aus Kim eher passieren. Nicht so wie jetzt. Naja, keine Zeit. Wo waren die Portale? In welcher Richtung? Dass man da auch nicht so hinkommen kann so schnell, ne? Gut. Wenn man einmal beide Portale hat, dann ist das ja nicht so schlimm. Muss ich gerade gucken. Wo waren sie denn? Dann wäre es ja echt komisch gelaufen für. Da ist die Hütte. Das heißt, hinter der Hütte war es, glaube ich. Unsere beiden Fragments. Warte mal, da du hier bist. Ah. Fehler. Warum? Verbindungsum Server getrennt. Hallo? Das kriegen wir sofort hin. Ich sag mal kurz schließen, oder was? Kann sein, dass sich Steam geschlossen hat. Das ist gerade nur schwarzem Bildschirm. Mal imbenden hier. Das kriegen wir... Ja, da ist es. Ich glaube, einfach nur, dass ich aufgang. Ja, schließen. Zack. Ich kriege gleich sofort wieder Portal Knights zu sehen. Du hast ja das denn gerade. Fühlen wir doch wieder aus. Wo sind wir denn? So, da gleich. Ich glaube, da hat das Portal Knights wieder. Da hat das Portal Knights wieder... Pro Nummer Steam ist abgekackt. Ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Ah, dass es auf Servern läuft. Das wäre dann halt so ein... Weil ich ja nichts Multiplayermäßiges eingestellt habe. Weil ich das soll, weil ich ja beitreten mit erlaubt habe. Und es dann dazu kommt... Ja, das weiß ich nicht. Start. Ja, zwei Stunden. Jetzt sind wir jetzt schon dabei. Gut, das war ja gerade... Also, davor war ich, glaube ich, um 1.04 Uhr oder so. Äh, das letzte Mal online. Und 1.04 Uhr ist ja schon... Also, jetzt schon wieder nichts... Also, ich habe 1.04 Uhr aufgenommen vorgestern. Jetzt ist es wieder die erste. Heute... Am ersten sollte eigentlich die erste Folge rauskommen. Aber jetzt habe ich es auf dem zweiten Fall schon. Weil ich halt noch ein bisschen was machen wollte. Beziehungsweise aufnehmen für heute. Ein bisschen sozusagen im Voraus machen. Wie immer. Und dann kommen halt dann die... Tage dann halt immer frische Folgen. Beziehungsweise, dann wird einmal... Äh, für die 7 Tage aufgenommen. Bottle Nights. Und dann geht es dann auch wieder frisch weiter. Das heißt, ich habe nicht so... Alter, abgestandene Folgen. Weil ich habe ja sozusagen noch ein Projekt da, was wenn immer gar nichts kommt. Ich habe keine Lust auf mein Kopf. Ich habe keine Lust darauf. Ich habe keine Lust auf Videos. Dann kann ich immer noch... Ein Projekt nur für euch raushauen. Ähm... Was dann da ist. Dass ihr zwischendurch gucken könnt. Müsst ihr auch... Glaub ich, gestern oder so kam es schon wieder. Da kam es am Freitag. Ich weiß das gar nicht. Kelbisportal. Wamm. Nice. Wurmgrube. Jetzt frage ich mich, was die Wurmgrube ist. Ist jetzt die Wurmgrube der Boss? Naja, schon Bock drauf. Stufe 10. Wow. Alter. Was ist denn das denn für eine Pechkacke hier? Ja. Ich vermute mal, das ist dann... Genau das, was ich vermute halt habe. Du bist im Wurmgrube dagegen. Ich habe nichts mit. Was ist denn das für eine Pechkacke? Ich vermute mal, das ist ein Wurmgrube. 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 Jetzt hängen da noch ein paar Bubbleherzen rum. Ah, wenn ich die treffe, dann kriege ich den massiven Schaden. Den kriege ich jetzt nochmal reingedrückt. Immer drauf.